Und damit, moin, moin und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Transfer News mit mir, mit eurem Badeschlappen. Und bevor wir gleich rein starten in die erste Folge, möchte ich euch natürlich noch ein bisschen aufklären, um was es in dieser neuen Rubrik, in diesem neuen Format denn wirklich geht. Und ihr seht schon im Hintergrund, wir befinden uns gerade im Vollbildmodus auf der Transfermarkt.de Seite. Und das ist wirklich eine Seite, die ich euch wärmstens empfehlen kann. Dann absolut genial. Also bin ich wirklich mehrmals täglich drauf. Gibt ganz, ganz viele Neuigkeiten. Ihr seht, da wird wirklich sekundenweise aktualisiert, so ungefähr. Zumindest kommt es einem so vor. Viele, viele Neuigkeiten. Da entgeht euch dann wirklich gar nichts, was den internationalen Fußball angeht. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, das nimmst du so ein bisschen im Hintergrund, damit ihr ein paar Bilderchen habt. Damit ihr ein bisschen was seht. Und ich quatsche einfach ein bisschen dazu. Habt mir gedacht, das Ganze möchte ich, wenn es geht, natürlich so aufbringen, wie ich es kann. Sprich, mir da keine festen Termine bereitlegen. Aber wenn ich Zeit habe, versuche ich das wirklich oft zu bringen. Weil es mich, denke ich, oder was heißt denke ich, weil es mich auf jeden Fall selbst interessiert. Und das Ganze, denke ich mal, auch ein Thema ist, wo ihr ganz gerne, beziehungsweise wir zusammen ganz gerne mal ein bisschen diskutieren können. Wo es verschiedene Meinungen gibt. Wo man immer so ein bisschen andere Ecken noch kennenlernt von dem Spieler. Wenn einer sagt, gut, nee, ich glaube nicht, dass der da und da hinpasst. Weil, sprich, da profitieren, glaube ich, alle so ein bisschen davon. Können wir zusammen ein bisschen über den Fußball diskutieren. Ihr werdet auch sehen, dass es in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen auf meinem Kanal noch ein paar andere Formate geben wird, die zum Thema Fußball erscheinen. Sprich, nicht nur Let's Play, sondern auch so ein bisschen Gequatsche von mir. Vielleicht auch wieder zusammen mit dem Arno, dass wir diesen FIFA-Fußball-Podcast weiterführen und so weiter und so fort. Sprich, da wird noch einiges kommen. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Was ich, genau, was ich noch als kleine Info rausholen kann, ist, wenn ihr Lust habt und das Ganze noch nicht gemacht habt, könnt ihr mal unten in der Videobeschreibung auf meine Facebook-Seite gehen. Denn ich denke mir, oder ich habe mir jetzt gerade so vor der Aufnahme noch spontan überlegt, dass ich vielleicht die ein oder andere Umfrage starten könnte mit ein paar Transfergerüchten, ob der Spieler A zum Verein B passen würde oder nicht, beziehungsweise wie hoch ihr die Chancen schätzt und so weiter und so fort, damit wir das dann vielleicht auch in den kommenden Folgen so ein bisschen auswerten können. Es sind ja schon einige dabei. Ich glaube, 200 noch was, die meine Seite schon geliked haben. Sprich, da wird einiges zusammenkommen. Und ich denke mal, dann können wir da auch ganz gut auf solche Statistiken so ein bisschen zurückgreifen. Sehe ich ein bisschen eure Meinung, was ihr so denkt, welche Spieler ihr ganz gerne sehen möchtet, worüber ich reden und quatschen soll. Von daher denke ich mal, wäre das eine ganz coole Sache. Und ihr seid natürlich wie immer herzlich dazu eingeladen, viele, viele Kommentare dazu lassen, damit wir da schön zusammen quatschen können, wie gesagt, schön zusammen diskutieren können. Okay, dann würde ich mal sagen, wir beginnen einfach mal die erste Folge damit, dass wir mal alles aufräumen, was in den letzten Wochen transfertechnisch passiert ist. Es gibt heute schon wieder, ihr seht hier den Transfer-Ticker. Das ist auch so ein Thema, wo ich vielleicht in eine der nächsten Folgen draufklicken möchte mal, beziehungsweise darauf eingehen möchte, vielleicht auch schon ein kleines bisschen in der. Aber es gab in den letzten Wochen so, 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 so viele Transfers, die wir bisher natürlich dadurch noch alle nicht angesprochen haben. Und das möchte ich einfach jetzt mal machen. Sprich, wir fangen jetzt einfach mal damit an, was in den letzten Wochen, in den letzten, ja Monaten, ne, Monaten nicht, in den letzten Wochen, nicht übertreiben. Ne, was da alles passiert ist, welche Transfers vonstatten gegangen sind, gehen dazu hier nicht rein, sondern erstmal in die komplette Auflistung. Und gucken uns natürlich erstmal die Saison 2013, 2014 an. Sprich, die Saison, die natürlich jetzt auf uns zukommt. Und wie ihr bestimmt schon alle mitbekommen habt, ist natürlich ein Verein ganz, 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 ganz groß auf Shopping-Tour. Und das ist der AS Monaco. Das ist richtig krass, was die momentan an Kohle raushauen. Falcao geholt für 60 Millionen. Falcao, der eine sowas von bombastische Quote hat. Wir können mal angucken. Ich muss mich auch auf der Seite jetzt erstmal ein bisschen zurechtfinden. Aber das klappt schon ganz gut. Guckt euch das an. Primärer Division, 34 Spiele, 28 Tore. Das ist wahrscheinlich Vorlagen, genau eine Vorlage. Das war jetzt bei Atletico Madrid. Wir müssen mal gucken. Leistungsdaten, glaube ich, ist das. Nach Verein. Genau. Was er bei den anderen Vereinen alles so gemacht hat. Kolumbien, gut, komm Kolumbien, lassen wir mal. Ach, das ist dann die Nationalmannschaft, ne? Genau. Für Kolumbien 34 Spiele, 13 Tore gemacht. River Plate, 93 Spiele, 36. Aber wir kommen immer mehr in so ein bisschen Richtung Europa. Und da schaut euch das einfach mal an. Beim FC Porto in 87 Spielen 72 Tore, 18 Vorlagen. Das heißt, in 87 Spielen war er an 90 Toren direkt beteiligt. Bei Atletico Madrid in 91 Spielen an 79 Toren. Das ist ein absoluter Topwert. Und das ist auch wirklich ein Stürmer, den es, glaube ich, so in der Art und Weise nicht so oft gibt momentan. Ich kann ihn schlecht beschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein wirklich so ein wendiger, einer, der einfach mal alles probiert, ganz mutig aufspielt, geile Tore macht. Ich kann mich noch an den ein oder anderen Seit- und Fallrückzieher erinnern. Also, der hat auf jeden Fall einiges drauf. 60 Millionen ist er, wie gesagt, wert. Da können wir mal auch ganz kurz auf die Transfermarktentwicklung gucken, wenn ihr euch das mal anschaut. Das ist krass, ne? 2, 7, beziehungsweise machen wir mal 2009, war er 6 Millionen wert. Und dann geht das mal sowas von steil bergauf, ne? 2009 6 Millionen, 2013 60 Millionen. Das ist auf jeden Fall mal eine Steigerung um einiges. Also innerhalb von drei Jahren mal schnell um das Zehnfache sein Marktwert erhöht. Das ist richtig, richtig krass. Und ich muss ganz ehrlich sagen, um nochmal auf Monaco zurückzukommen, da werden wir jetzt auch gleich nochmal zurückkehren. Ich bin mal richtig gespannt, was zum einen Monaco machen wird, was aber auch dann dadurch zum anderen ein Fall Kao machen wird. Ein James Rodriguez, der noch dazu kommt, ein Chao Moutinho, die ja jetzt halt alle drei bei den Monegassen kicken werden. Sprich, ich bin mal richtig, richtig, richtig gespannt, ob die das, beziehungsweise wie das ganze System Monaco funktioniert. Ich bin ja nicht so der Fan von Mannschaften, die wirklich nur mit Geld gefüttert werden. Sprich, sich das Ganze nicht unbedingt selbst erwirtschaften. Zumindest nicht ein bisschen erwirtschaften, sondern wirklich nur Kohle reinstecken, um Spieler zu kaufen. Und das ist halt wieder bei Monaco der Fall. Sprich, da kommt wieder so ein Verein hoch wie Man City, wie Chelsea so ein bisschen. Also, wo ein Abramovic natürlich dahinter steht. Und ich bin mal gespannt. Gut, Chelsea hat jetzt die Champions League gewonnen, Chelsea hat die Europa League gewonnen im letzten Jahr oder in der vergangenen Saison. Mal gucken, was Monaco macht. Monaco war auch für mich früher immer ein ganz, ganz cooler Verein noch. Ist jetzt ewig her. Ja, die hatten ja den Zwangsabstieg, aber davor fand ich die auch immer recht cool, so vom Namen, von allem. Da waren die ja auch, wir können ja mal schnell reingucken, ob man das irgendwie so ein bisschen sieht. Daten und Fakten, ne Historie, da können wir vielleicht mal reinschauen. Zum Beispiel machen wir mal 05, 06, wo waren sie denn da? Auf Rang 10, okay. Gehen wir mal noch ein bisschen weiter runter, 0405. Ich weiß, wie gesagt, gar nicht mehr, wann das genau war, da war ich auch schon zu klein. Hier vielleicht so, AS Monaco auf Rang 3, 0405. 0304 waren sie auch auf Rang 3, sprich, das war auch wirklich eine Mannschaft, wo man sagen muss, die war nett, die war cool. Da zum Beispiel, wie haben sie denn damals gehabt, Jerome Routin oder wie auch immer ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler, hatten wir damals, das waren so Namen, ne. Wenn du außen gekickt hast mit Freunden, Patrice Evra kennt man natürlich auch noch, auch mit dabei. Sebastian Squilacci, jetzt beim FC Arsenal, also da sind ein paar richtig coole Namen dabei. Ludovic Jolie, meine Güte, da kommen Erinnerungen hoch. Aber das war echt ein richtig cooler Klub und ich bin mal gespannt, wo die sich wieder finden werden im nächsten Jahr. Da gibt es ja auch momentan, glaube ich, noch so ein bisschen Probleme von wegen, bei Moe oder in Monaco, ist es mit den Steuern ja ein bisschen anders, dass da Steuern eigentlich fast nicht existieren, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und dass da wirklich die Ligue 1, wenn sie so ausgesprochen wird, die erste französische Liga, so ein bisschen rebelliert hat, so ein bisschen gesagt hat, Mensch, da müssen wir uns nochmal drum kümmern. Das sehen wir nicht ganz so ein. Denn, dass eine Mannschaft wirklich, die kaum Steuern zahlen muss, im Vergleich zu den Franzosen, die ja diese Reichensteuer haben, sprich, da geht es ja richtig zur Sache, dass das natürlich ein bisschen unfair ist, dadurch, dass man sich eben Spieler leichter angeln kann, die ein bisschen mehr locken kann. Deswegen bin ich da mal gespannt, es wurde sogar zwischenzeitlich mal mit dem Ausschluss aus der französischen 1. Liga oder überhaupt den französischen Profiligen gedroht, wenn man denn da nicht irgendwelche Änderungen vornimmt. Ich bin mal gespannt, wo das hinführt, weiß es aber nicht. Also da lassen wir uns einfach mal überraschen und machen einfach mal auch bei den nächsten Neuzugängen weiter. Wir wollen ja hier und heute nicht nur über den AS Monaco reden, sondern auch ein bisschen über andere Vereine. Zum Beispiel Neymar, das Wunderkind aus Brasilien, dass jetzt die große Reise antritt in Richtung Europa, in Richtung FC Barcelona für 57 Millionen gekommen. Was auch ganz interessant ist, heute ist es glaube ich rausgekommen, der Neymar, das ist ja auch so ein Schlitzort, der hat Real Madrid, hat ihm angeboten, wenn er zu Real wechselt, bekommt er eine Klausel in den Vertrag geschrieben, dass seine Freunde, ich weiß nicht wie viele es sind, 5 glaube ich, 5-6 Freunde, also er hat schon mehr, gehe ich mal schwer von aus, aber zumindest diese 5-6 Freunde alle 2 Monate umsonst nach Madrid, in dem Fall fliegen dürfen, dass der ganze Aufenthalt, sprich Hotel, Flugkosten und so weiter, alles von Real bezahlt wurde und der gute Neymar hat gesagt, nee, ich gehe nicht zu Real, fordere aber das Ganze bei Barca. Und jetzt ist es wirklich so, dass der FC Barcelona den Freunden von Neymar alle 2 Monate einen schönen Aufenthalt in Barcelona spendieren muss, weil es so im Vertrag steht. Finde ich auch eine ganz nette Kleinigkeit, die man da, denke ich mal, mit reinbringen kann, aber ist natürlich nur eine kleine, so ein bisschen Geld, denn stellt euch mal vor, 57 Millionen, richtig, richtig krass. Nach den 60 von Fallkau momentan noch der zweite Rekord 2013-2014, bin ich, also da muss ich ehrlich sagen, da bin ich mir überhaupt nicht sicher, was mit Neymar passiert, wie der sich zurechtfindet. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das schon irgendwie packen wird. Also, dass das mit Messi, mit Iniesta, mit Xavi und wie sie alle heißen, die ganzen Superfußballer da aus Barcelona, richtig gut zusammenspielen kann. Die Frage ist nur, inwieweit er sich natürlich mit dem etwas anderen Tempo, zum einen mit den etwas besseren Gegenspielern, mit den auch vielleicht etwas härteren Gegenspielern, zurechttun wird. Ich meine, wenn ein Neymar in die Premier League wechseln würde, das wäre gar nichts. Also, ganz ehrlich, da traue ich dem nichts zu, glaube ich, beziehungsweise nicht so viel, als in der spanischen Liga. Von daher, könnte es klappen. Ich glaube auch, es klappt. Aber da werden wir sicherlich noch irgendwann mal drauf zurückkommen, denn Neymar ist ja ein ganz, ganz heißes Eisen, ganz großes Thema, das natürlich auch in den Medien ganz, ganz oft vorkommen wird. Von daher, auf den jungen Mann kommen wir nochmal zurück. Sind wir aber gespannt, bin ich auch mal gespannt, was eure Meinung ist. Schafft Neymar beim FC Barcelona, ich sage mal, den Durchbruch in Europa? Kann er das schaffen? Oder schafft es das Wunderkind nicht und stürzt ab? Hat ja auch lange überlegt, war ja auch lange in Brasilien. Ich meine, gut, er ist erst 21. Aber trotzdem, da gab es ja schon viele, viele Angebote ein paar Jahre zuvor. Aber jetzt hat er es erst gemacht. Jetzt hat er erst den Schritt gewagt. Ich bin gespannt. Dann haben wir James Rodriguez, haben wir schon angesprochen, von Porto zu Monaco, sprich mit Chao Moutinho, der auch von Porto kommt. Und haben wir dann drei Porto-Portonesen, wenn man im FHK noch mit dazu nimmt, der ja vorher auch bei Porto gespielt hat, die zum 1-Monaco wechseln. Also die kennen sich zumindest. Das könnte ja von dem her schon mal ganz gut funktionieren. Dann haben wir natürlich noch einen Transfer. Da brauchen wir aber, glaube ich, gar nicht so sehr drüber reden. Mario Götze von Borussia Dortmund zum FC Bayern München. Das kennen wir schon. Das haben wir auch schon angesprochen in diversen anderen Talks. auf meinem Kanal. Dann André Schürrle von Leverkusen zu Chelsea. Ist heute, glaube ich, fix geworden, die Meldung, dass er wirklich auch wechseln wird. Bin ich auch mal gespannt. Mal gucken, ob Schürrle sich besser durchsetzen kann als ein Marien. Wobei ich ja ganz ehrlich auch sagen muss, beim Marien habe ich es ehrlich gesagt nie so richtig verstanden, wieso der zum FC Chelsea gegangen ist. Beziehungsweise das habe ich, finde ich, schon kommen sehen, dass der beim FC Chelsea nicht unbedingt eine große Rolle spielen wird. Bei Schürrle ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Schürrle wird da sicherlich schon ein bisschen Spielzeit bekommen. Mourinho hat auch gesagt, er ist sein Lieblingsspieler, mehr oder weniger. Also, was heißt sein Lieblingsspieler, das nicht. Aber er ist ein Spieler, den er gerne haben möchte, der jetzt auch dann wirklich kommen will. Schürrle hat gesagt, dass Mourinho sympathisch ist. Sprich, das könnte doch eine gute Liebesgeschichte werden mit den zwei. Und dann gucken wir mal, was er in England treiben wird. Ich weiß gar nicht, wie viele Akteure, wie viele deutsche Akteure momentan in England unterwegs sind. Keine Ahnung. Es wird sicherlich eine große Umstellung werden. Das hat, glaube ich, bisher jeder feststellen müssen, der in die Premier League gewechselt ist. Aber da glaube ich echt, dass es ein Schürrle packen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen. Glaube ich wirklich. So, dann haben wir Jesus Jesus Navas vom FC Sevilla zu Manchester City. Der auch so ein bisschen dieser Transfer, so ein bisschen nebenbei hergegangen. Das war, glaube ich, vorgestern oder gestern. Sprich, ich muss ja mal sagen, heute ist Freitag, der 14. Juni. Ihr werdet das Ganze wahrscheinlich morgen am Samstag bekommen, das Video. Aber der ist auch vor ein paar Tagen erst der Transfer, glaube ich, fix gewesen. Beziehungsweise so ein bisschen, wie gesagt, in den Medien nur erschienen. Aber nicht großartig, dass man Riesenschlagzeilen hätte oder gelesen hätte. Auch nicht bei Transfermarkt. Unbedingt nur so ein kleiner Artikel. Wobei Navas natürlich schon ein Spieler ist, denke ich mal, der den Namen mit sich bringt. Also, da bin ich auch mal gespannt. Hat natürlich jetzt mit David Silva, mit Sergio Aguero und so weiter und so fort. Richtig gute Mitspieler. War bei Sevilla, natürlich hat er da auch gute gehabt. Aber nicht so der Fall. Bin mal gespannt, ob er dann bei Manchester City die nächsten Schritte machen kann. Ob er sich durchsetzen kann. City hat ja sicherlich einige Leute. Wir können ja mal zum Spaß gucken. Auf der Rechtsaußenposition haben wir. Ist er noch gar nicht momentan mit aufgeführt. Anscheinend, oder? Ne. Aber wir haben wir. Wir gehen jetzt einfach mal das gesamte Mittelfeld durch. Scott Sinclair, David Silva, Samir Nasri, James Milner, Jaya Turi, Gareth Barry, Jack Rodwell, Javi Garcia. Ja, das war's. Gut, wir haben Scott Sinclair. David Silva, Samir Nasri, James Milner. Ja, dann hat er doch gute Chancen, glaube ich. Scott Sinclair ist, glaube ich, ist der nicht, wann ist denn der gekommen? Ist der nicht schon im Jahr zuvor gekommen? Ähm, der aktuell, ja. Der war schon da, genau. Der hat ja auch, glaube ich, gar nicht so schlecht gespielt, oder? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Hab von Man City diese Saison nicht allzu viele Spiele gesehen. Aber irgendwas, glaube ich, hab ich da im Hinterkopf mit Scott Sinclair. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ja, okay, dann würde ich sagen, ähm, wir gucken uns noch, wir gehen jetzt einfach mal noch so ein bisschen die, die Interessanten durch Kricic, Kricic, oder wie er ausgesprochen wird, Kitsch vielleicht, ich weiß es nicht. Vorne heiß rum, zurück zum FC Barcelona, ähm, für 13 Millionen war der nicht ausgeliehen oder hatten die vielleicht eine Rückkaufoption, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall ist er wieder bei, äh, Barca unterwegs. Fernando von Gremio zu Jacques Jordonex, die natürlich auch ein bisschen aufrüsten wollen, wiederum, weil sie einen Fernandinho hier, äh, zu Manchester City haben ziehen lassen müssen, Fernando, aber im defensiven Mittelfeld, ja gut, Fernandinho zentral, hm, könnte schon so ein bisschen als Ersatz gelten. Namenstechnisch passen sie ja auch zusammen, ne, Fernandinho, Fernando, wobei ich ehrlich gesagt ihn nicht so direkt kenne, für 11 Millionen. Dann Heungminsson, äh, vom HSV zu Bayern 04 Leverkusen, ja, muss ich sagen, gefällt mir einigermaßen gut, ähm, zumindest, dass er auf jeden Fall nicht ins Ausland wechselt, gab ja Interesse vom FC Arsenal, soweit ich weiß, aber finde ich gut, dass er in der Bundesliga bleibt ein ganz, ganz schönes Aushängeschild für die Bundesliga, ein cooler junger Mann, bin ich mal gespannt, ob ein Leverkusen auch seinen Weg gehen wird, ist natürlich, das, das erkennt man klar, der Ersatz für einen André Schürrle, knapp 20 Millionen eingenommen, 10 für, für Son wieder ausgegeben, haben, denke ich mal, dadurch ganz gut gewirtschaftet, die Leverkusener, das könnte auch eine richtige Bombe werden, eine richtige Granate für die nächste Saison, hat ja beim HSV auch schon gute Leistungen gezeigt, äh, eine gute Bilanz hingelegt, da können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz reingucken, 35 Spiele, 12 Tore, 2 Vorlagen, ähm, ist, denke ich mal, für einen 20-Jährigen sicherlich gut, 13 Millionen schon Marktwert, für 10, wie gesagt, ist er gewechselt, von daher, ähm, ja, da bin ich mal, da bin ich mal richtig gespannt, freue ich mich drauf. So, dann gucken wir mal da noch ein bisschen runter, wobei ich sagen würde, wir werden die Aufnahme auch schon langsam wieder beenden, äh, wir gehen mal noch ein bisschen die Deutschen durch, Kavachal muss zurück zu Real, ähm, Real, die da diese Rückkaufoption in Anspruch nehmen, äh, dieses Jahr für 6,5, ich glaube, nächstes Jahr oder so, wenn sie entkaufen hätten wollen, für 7 noch was, bin mir gerade nicht sicher, ähm, wollen ihn wieder zurück. So, gratis von Bremen zu Dortmund, das ist auch so ein Hammer, finde ich, ich freue mich richtig drauf, ich glaube, der passt richtig gut zu den Dortmundern, Frage ist nur, für wen spielt er, ne? Hummels ist, denke ich mal, gesetzt, Dubotic oder Sokratis, das ist dann so ein bisschen die Frage, wobei Sokratis, glaube ich, auch bei Bremen zu Beginn ein bisschen auf rechts, ja, gekommen ist, wobei die natürlich mit Piszczek auf links und, ähm, Schmelzer auf rechts, ja, auch zwei gute Spieler haben, wenn überhaupt dann Schmelzer, den er, den ich noch eher rausnehmen würde und Sokratis bringen würde, weil ein, äh, Piszczek natürlich absolut überragend ist auf der linken Seite. Okay, ähm, haben wir die noch, wir schauen nochmal ein bisschen weiter, ich hoffe, ich übersehe keinen, aber Abdelauhe, genau, wechselt zu Stuttgart, das könnte auch so ein Glücksgriff sein für die Stuttgarter, 3,5 Millionen ist jetzt auch nicht unbedingt viel, die Bremer bekommen Nils Petersen von den Bayern für 3 Millionen, Macchiadi zu Bremen wiederum für 3 Millionen, haben sie das Geld gleich wieder ausgegeben, Max Kruse, das ist somit einer der günstigsten und geilsten Spieler, muss ich sagen, äh, zumindest was er in der letzten Saison an Leistung gezeigt hat, vom SC Freiburg zu Borussia Mönchengladbach für 2,5 Millionen, ebenfalls mit einer Ausstiegsklausel, das wird richtig, richtig geil. Also Kruse kann, glaube ich, noch, oder von ihm können wir noch einiges erwarten, ist zwar schon 25 Jahre, aber ich glaube, das könnte was werden, ob's, also zumindest da, dass er noch was werden kann. Ob jetzt Gladbach unbedingt der richtige Verein ist, weiß ich nicht, ich hoffe mal, dass es mit den Gladbachern wieder ein bisschen mehr bergauf geht, ähm, ist aber, das werden wir aber auch noch wann anders ansprechen, darum geht's jetzt gar nicht. Aber mich wundert's, ich weiß nicht, äh, wir können mal ganz kurz reinklicken, gab's um Kruse mehr Gerüchte? Ähm, wo sehe ich denn das Transfer ist? Wahrscheinlich geht das jetzt gar nicht mehr, weil er schon gewechselt ist. Ähm, Videos zu Max Kruse? Nee, das will ich alles nicht. Alle News zum Spieler, vielleicht steht da was dabei. Offenbar vor Wechsel, genau. Nee, haben wir nix, denn ich, ich wundere mich, was, ja, da ist erst wieder Pauli dabei, ne? Mich wundert's halt wirklich, dass, entweder hat Gladbach so früh als einzige Mannschaft erkannt, äh, dass Kruse eine Ausstiegsklausel hat, für 2,5 Millionen, oder es wollte kein anderer Verein einen Kruse, weil das wurde, upsala, da stoße ich nochmal ein Mikro um, nee, das wundert mich, dass da wirklich kein Verein auf Kruse zugekommen ist, kein anderer, denn da hat er doch wirklich richtig gute Leistungen gezeigt bei Freiburg. Und wie gesagt, Gladbach ist sicherlich eine gute Mannschaft, gar keine Frage, aber dass da nicht noch eine etwas bessere Mannschaft auf ihn zugekommen ist, sicherlich ist er nicht der Top-Spieler schlechthin, aber er ist auch kein schlechter, also mit dem hätte man schon durchaus ein bisschen was anfangen können. Aber gut, äh, dann ist er eben bei Gladbach, freuen uns trotzdem drauf, also ich bin gespannt, auch wie er sich weiter in der Nationalmannschaft in Anführungszeichen durchsetzen kann, wie es mit ihm weitergeht, wie Löw mit ihm plant, er ist, denke ich mal, ein Spieler, der in das Löw'sche System gut reinpassen würde, äh, so eine, so eine falsche 9, die er häufig in Freiburg gespielt hat, so ein bisschen hängende Spitze, falsche 9, so die Richtung, bin ich mal gespannt, kann ja auch auf der, auf der Außenbahn, äh, spielen, bin ich echt mal, bin ich echt mal richtig gespannt, was er da zeigen wird, sowohl in Gladbach als auch bei der Nationalmannschaft. Dann der nächste Caligiuri, auch von Freiburg weg in Richtung Wolfsburg und wir haben noch einen, nein, einen Edgar Pripp zu Hannover, da haben sie sich auch gestritten, ich glaube Dortmund war dran, Hannover und Frankfurt, wenn mich nicht alles täuscht, auf jeden Fall geht er jetzt zu den Hannoveranern, zu den 96ern und Johannes Flum von Freiburg in Richtung Frankfurt. Hier haben wir noch Nelson Valdez von Rubin Kassan zu Valencia. Okay, 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 dann würde ich sagen, äh, ich hau noch schnell eine kleine Info raus und dann gucken wir uns noch die momentanen Transfers an im Transfer-Ticker, mal ganz, ganz kurz, da gibt es ein paar kleine Neuigkeiten, wobei ich gar nicht weiß, ob ich da nicht noch eine Extra-Session machen soll. Ich glaube, ich mache eine Extra-Session. Ne, ich beende jetzt, glaube ich, erstmal den ersten Teil, will euch aber noch ganz, ganz dringend sagen, dass das, was wir jetzt gemacht haben, so normalerweise nicht eine Folge ist, wie ich es vorhabe, sprich, da Statistiken einfach durchzuschauen. Das war jetzt heute wirklich nur, äh, weil wir so viel verpasst haben, in Anführungszeichen, äh, an Videomaterial, weil ich eben erst jetzt mit diesem Transfer-News anfange, äh, und in der Zwischenzeit ja schon so viel passiert ist und das wir uns, äh, das Ganze will ich natürlich uns nicht entgehen lassen, deswegen habe ich es nochmal angesprochen. Im nächsten Part werden wir dann wirklich hier draufklicken, in den Transfer-Ticker schauen und dann hier schauen. Cutlets zu, Fenerbahce, City bestätigt, Pellegrini wird neuer Coach und so weiter. Das gehen wir dann alles an. Gar keine Frage, ich würde trotzdem sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Diskutiert eifrig mit, wir sehen uns unten in den Kommentaren. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst am besten ein Abo da und verpasst keine Folge und ich würde mich natürlich auch freuen. Wenn ihr so ein bisschen auf meinem Kanal rumschaut, vielleicht das ein oder andere Video findet, das euch gefällt. Unter anderem natürlich zum Fußballmanager 13 das Let's Play, zum FIFA 13 Karrieremodus Let's Play mit den Tottenham Hotspurs und ich würde sagen, diskutiert unten eifrig mit, klickt einfach mal auf Facebook vorbei, ähm, schaut in die Umfrage, ich werde sie so justieren, dass die wirklich immer ganz oben angezeigt wird, dann könnt ihr abstimmen und dann werde ich vielleicht, was heißt vielleicht, ich werde auf jeden Fall, wenn es geht, eine Umfrage pro Transfer News Ausgabe mit reinbringen, damit wir da so ein bisschen was haben, um drauf zurückzugreifen. In dem Sinn, ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der zweiten Folge der Transfer News, wenn es wieder richtig zur Sache geht. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus! Ich bin in der zweiten Folge der